Hallo Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge Minecraft Survive! Ja, das letzte Mal haben wir es ja geschafft Goldäpfel herzustellen, einen zumindest. Ich werde versuchen heute, ja, noch einen herzustellen, mindestens noch einen. Und dann habe ich ja gesagt, wir wollen irgendwie versuchen eine Mine zu finden, weil da muss definitiv irgendwo eine auf der Insel sein. Und ja, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an! Es ist gerade Nacht, oder? Natürlich ist es gerade Nacht, so. You can only sleep and not, was? Wo sind denn die Monster? Okay, 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 okay. Wo sind meine Villager? Oder höre ich die in der Mine? Höre ich die in der Mine? Ich habe noch Gold, ich habe noch Gold, ich habe noch Gold. Okay, okay, okay. Gucken wir mal raus. Das ist Erde. Lass mich rausspielen. Es ist gerade wirklich Tag, okay. Ich habe keine Ahnung, warum die Kiste hier beim letzten Mal voll war, aber das nehme ich mal so hin. Ich höre hier irgendwo Zombies. Habe ich die Bäume nicht mehr angepflanzt? Das ist natürlich nicht so gut jetzt, okay. Baum anpflanzen, da sind noch mehr Bäume. Okay, noch einen Baum anpflanzen, den pflanzen wir jetzt einfach mal hier an. Gut. Ist was zu essen gewachsen? Nein, ich kann mir Zucker noch mitnehmen und in meine Kisten geben. Okay, ich bleib mal hier oben. Wofür brennen diese Zombies? Hier unten vielleicht? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich arbeite mich langsam schon mal runter. Hier unten ist auf jeden Fall eine Höhle, Leute. Okay, okay, okay. Bedeutet, hier werde ich mich jetzt dann langsam runterarbeiten. Kohle. Ich muss mir ein paar Fackeln herstellen und die Kohle hilft mir jetzt hierbei trotzdem sehr. Genau, hier will ich dann runtergehen. Ja, ja, ist gut, Spiel, ist gut. Okay, okay, okay. Danke, Spiel. Hier will ich runtergehen, aber ich will mir ein paar... Das ist ein Baum gewachsen. Ich will mir gerne ein paar Fackeln herstellen. Zack. Zack, 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 zack. Ich will mir bitte die Sticks wieder spielen. Habe ich jetzt nicht die Fac... Wo sind da doch das meine Fackeln? So, damit das hier ein bisschen erleuchtet wird dann. Danke, so. Noch ein paar Fackeln machen. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Damit hier nicht mehr so viele Monster an meinem Turm spawnen. Damit mein Turm ein bisschen ausgeleuchtet sein. So, und jetzt erstmal... Bitte Goldäpfel, ich brauche ein bisschen mehr Life. So, okay. Noch mehr Kohle hier unten drin, wäre ganz nice. Okay, hier ist einiges an Kohle auf jeden Fall, dass ich mir mehr Fackeln machen kann für meine Hülle. Gut, noch mehr Fackeln, kommt sofort. Erstmal die Höhle hier ausleuchten. Ja, ja. Ich höre euch, ich höre euch, ich höre euch. Ihr müsst irgendwo hier sein. Ich stehe mir hier auch noch eine Fackel auf, das kann nicht schaden. So, ich baue jetzt erstmal ein bisschen... Ah, Leute, 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 die Zombies, ja? Zombies, bitte haltet die Klappe, Zombies. So, Eisen, Eisen ist sehr wichtig. In der Situation, in der ich momentan bin, brauche ich alles an Eisen. Wasser schon wieder an Eisen. Anscheinend, wie viel Eisen habe ich? Zwei. Kann ich mir ein Eisenschwert zumindest schon mal machen, ist auch nicht schlecht. Ist da ein Apfel gedroppt? Noch nicht, okay. Gehen wir mal und schmelzen mein Eisen ein für ein Eisenschwert. So, hallo. Und Eisen einschmelzen. Ich könnte auch mal meine... Habe ich eine Kiste, wo ich daraus zugreifen kann? Ja, ist hier was Nützliches drin? Nein. Okay, dann tun wir mal die Holzschwerte weg. Brauche ich definitiv... Was zum... Okay, Enderman, okay. Steinschwert nehme ich mal mit. So. Und dann mache ich mir mal ein Eisenschwert. So, okay, okay. Ja, nee, ich werde mit dem Eisenschwert, denke ich mal, schon kämpfen. Ich habe nur ein Leben, deswegen bringt es nichts, Ressourcen zurückzuhalten, muss die Sonne. Ich habe noch Zeit, ich habe noch ein bisschen Zeit, mich umzuschauen. So. Baum, bitte haben wir in den Apfel gedroppt. Gib mir den Apfelbaum. Ja, danke, kein Apfelglück. Okay, aber ist egal. Ich stelle mir noch einen Baum hier irgendwo auf. Noch ein und ab in die Höhle, umschauen. Sobald es Nacht wird. Die Höhle muss doch hier irgendwo sein. Muss. Ich höre auch schon die Skelette, Zombies, alles hier. Wo seid ihr denn? Ich höre euch doch. Wo seid ihr denn, Jungs? Ah, okay, ich glaube, ich habe es gefunden. Ich habe es, glaube ich, wirklich gefunden. Ja, hier ist Gold und alles, okay. Ich habe mich da vorsichtig runterbauen. Ja, vorsichtig da runterbauen. Verzaubertes Buch, Silk Touch, Eisen, zack, zack, zack. Okay. Kann ich so? Ja, hier vorsichtig runtergehen. Nice. Hoppla. Okay, ich weiß auf jeden Fall, wo die Mine ist. Ich gehe mal hoch, warte die Nacht ab. Ja, ist eine gute Idee. Bevor Monster spawnen, machen wir mal wieder Tag, Leute. Tag abwarten. Okay, okay, okay. Und jetzt gehen wir da rein. Weil ich könnte bei dir, bist du derjenige, wäre ich hier. Hallo, Junge. Willst du das? Nee, das ist der andere, aber jetzt ist die Frage. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der zweite Villager, Junge? Ganz im Ernst? Ist mein Gold Villager verschwunden? Das wäre jetzt nicht so praktisch. Okay. Ja, gut. Erst, erst mal. Oh Gott. Erst mal bäume abwarten. Okay. Okay. Gut, der Baum dauert ein bisschen, Leute. Sehen wir uns gleich, wenn ich den abgebaut habe. Gut, jetzt mache ich mir erst mal wieder noch eine neue Pick, äh, äh, Axt. Danke, Baum. Eieieiei. Eieiei. Ich mache mir eigentlich auf Stein. Das ist mal ein bisschen Müll aus dem Inventar ablegen. Die Melonen pflanze ich gleich mal an. So. Vier Melonen zieht's. Ja, komm. Raus mit dem Melonen zieht's. Zack, zack. Zack, zack. Und weg mit damit. So. Okay, 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 okay. Ja, ich habe alles erwischt an diesem Baum, oder? Ja, danke. Irgendwo ein Apfel. Gibt's doch nicht, dass ich keine Äpfel erwische, Leute. Keinen einzigen. An diesem Baum. Das kann mir niemand erzählen. Das kann mir niemand erzählen. Okay, nächster Baum. Meine Güte, Leute. Ja, cool, ich höre dich. Das kann mir doch echt niemand erzählen, dass... Oh, wo ist die Kuh? Das steht immer noch. Das kann mir echt niemand erzählen, dass an diesem Baum kein Apfel dabei war. Okay, schau mir nochmal in die Mine. Habe ich noch was zu essen? Ja, Brot. Ab nach unten. Ich brauche eine Eisen-Pickaxe, dann kann ich das Gold hier unten abbauen. Auf jeden Fall Cobblestone hier. Okay, es geht hier noch weiter. Nach unten hier ist Gold und alles. Okay. Monster sind hier auf jeden Fall auch einige. Das hört man. Monster werden hinter dieser Wand irgendwo auf mich warten. noch nicht direkt hier, aber... Ist das dein Creeper? Das da ist ein Creeper. Hallo Creeper. Okay. Aber ich höre ganz viele Mobs auf jeden Fall. Spinne jetzt, geh weg. Dass der Zombie mich nicht gesehen hat. Okay. Stopp, Zombie. Okay. Okay. Ich hole mir jetzt erst mal das Eisen. Was dann? Zombies spawnen? Wie möglich wär's. Der Creeper tot. Gut. Ich glaube, ich gehe noch mal hoch. Ich brauche eine neue Peekaxe. Ei, 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 ei. Sicherheitshalber machen wir mir hier kurz zu. Nur mal kurz. Ist hier irgendwo ein Apfel für mich? Irgendwo eine? Äh, das ist mal ganz im Ernst. Das kann doch nicht sein, dass ich keinen weiteren Apfel bekommen habe. Ah, das ist schon wie so ein großer Baum. Ach, Spiel. Das ist ja nicht so böse zu mir. Komm, ich will nur einen Apfel. Einen. Gib mir einen. Gib mir bitte einen Apfel. Hier ist irgendwo noch Holz drin. Das weiß ich. Das spüre ich. Apfel, 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 Apfel. Danke. Danke, Spiel, für diesen Apfel. Da bin ich so dankbar dafür. Ja. Okay, 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 okay. Zack. Und zack. Und wir haben wieder mehr Life dazu bekommen. Danke. Wir sind bei 5,5 Herzen jetzt, Leute. 5,5 Herzen. Das heißt, wir haben schon wieder die Hälfte dazu. Okay, okay, okay. Und ich habe 4 Gold. Dass mein Gold-Villager weg ist, ist aber auch nicht so toll. Gut, 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 Melon. Könnte auch irgendwann mal wachsen. Ja, da ist die Pickaxe kaputt. War jetzt nicht schlecht auf jeden Fall, dass ich rausgegangen bin. Wo ist der Gold-Villager, Leute? Das kann doch wirklich nicht sein. Hat sich wirklich nicht hier irgendwo versteckt oder so? Na ja, nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ich muss die drei hier einschmelzen, denke ich mal, damit ich mir die Eisen-Pickaxe machen kann. Das wäre momentan das Schlauste. Die Eisen-Pickaxe mache ich mir noch. Dann gehen wir nächste Folge runter, bauen das Gold ab, machen da... Habe ich eigentlich schon einen Amboss? Nein, ich muss mir einen Amboss machen und muss Silk-Touch auf meinen... Oh, ich muss mir einen Amboss sparen. Oder steht hier irgendwo einer? Nein, da steht keiner. Vielleicht kann ich, wenn ich mit euch weiterhandel, mir irgendwann den Amboss ersparen. Ich kann acht Emowals gegen Eisen tauschen. Okay, okay, okay. Gut, okay, okay. Aber jetzt brauche ich erst mal... Okay, okay, okay. Puh, okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sind wir wieder einen Schritt weiter gekommen. Ich habe jetzt Half-Life, hab Silk-Touch für... Was ist das gut für Diamanten, denke ich mal. Zum Einschmelzen, für Level, dies und das. Und habt eine Eisen-Pickaxe. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.